Liebe Kinder, liebe Eltern, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen hier zum zweiten Intersport-Kicke-Fußballcamp beim HSV. Ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder da sind. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Hülken Zentgraf, so kennt mich aber normalerweise auf einem Sportplatz niemand. Ich bin der Zenger.